Und damit herzlich willkommen auf meinem Rosting-Kanal. Ja Leute, es ist heute ein bisschen Indie-Horror. Heute spielen wir Chorus with. Ein 530s Fangame. Und ich hab keine Ahnung, was mich erwartet. Wer mich kennt, der weiß wie gut oder wie schlecht ich in so Sachen bin, aber ich gebe mir Mühe und ich würde sagen, wir beginnen beim Ball. Starten. Enter. Folge. Play screen. Hallo. Start the game. Hallo. Ah, da. New game. Was? Hallo. Best in the whole game. Ah. New game. So. Muss man da auch erstmal drauf gucken. 9-1. Uaah. Okay. Oh. Hello. Hello there. Welcome to hell. This is really the friendliest shot out there. So let's make this out of it. First head to the office. Habe ich ne Taschenlampe? Habe ich ne Taschenlampe? Kann ich hier irgendwas klicken? Klick, 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 klick. Go to the office. Oh. Oh. Scheint irgendwo immer Aufzug zu sein oder sowas. Enter door. Head through the door and into the corridor. Make sure to avoid any tension when... Er is sure run. What? Now that we are in the corridor of the corridor, run to the iron door and open it by pressing the very obvious button. Let's go back. We go. Push. To the food. Way to the office. Excellent. Now, all you have to do is enter your office. Don't worry about those other doors. It's not like there is something in there. Welcome to your office. I think it's amazing. Your task is to turn on the light that leads to the main area and keep everything in check. Are you sure you pressed it? Press it again. What was that? Uh, that's all for today's shift. See you tomorrow. Aha. 6 Uhr. 9 completed. Oh. Das war ja mal bis jetzt... Ganz gut. Huhu. Und ich verstehe auch so schlecht englisch. Nacht 2. Also mir gefällt es bis jetzt. Wirklich gut. Good evening. I changed my talking speed to slow. Hopefully you'll understand me better. Because you lived horrible yesterday. The power is out tonight, so you're equipped with the flashlight. Fifth, fifth grade. Okay. Ja, wo ist meine flashlight? Wo ist meine flashlight? Wo ist meine flashlight? Was leid? Wasser geht departments noch ab? Und so war das noch an Fighters... Ja, wo ich gu... W know? W ho 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 hoho... wo ist hier wo habe ich ein flashlight enter door enter door gehen wir mal da rein ich komme hier nicht rein ich komme hier nicht rein ich komme hier nicht rein kann ich nur hier rein gut hurry up the power appeared to be off from the whole facility to turn the lights back on head through the staff only ruin we cannot enter the office we are in the staff only room the room is normally this dark so keep walking forward until you run into the generator then press anywhere to turn on the generator ich sehe hier absolut nicht ich sehe hier absolut nicht ich habe hier auch keine taschenlampe ich weiß nicht ich habe hier nichts ich sehe hier nichts ich sehe hier nichts oh oh ich weiß nicht wo ich hinlaufe alles wird dunkel wo ist der generator ich habe hier nichts wo ist der generator wo ist der generator Ja, oder? Oh! Was ist das denn? Kann ich was klicken? Was muss ich hier tun? Was muss ich hier irgendwas tun? Ich geh jetzt zum Office Ein Spiel macht mich irgendwie... Nerfes There seems to have been a problem with the system I changed my voice to male Because my generated female voice stopped working You can go Wir haben so viel von geschafft Ich... Ich bin etwas verwirrt Ich bin etwas verwirrt Ich bin etwas verwirrt In that room You must fend off the animatronics That are messing with the system Ich bin etwas verwirrt Ich bin etwas verwirrt Für unser Recht Für unser Recht Ich bin etwas verwirrt Oh Leute Jetzt wissen wir Rechts hat er gesagt Rechts Was kommt denn davon? Was? Was will ich tun? Wie was klingelt? Was will ich tun? Wut? Was muss ich tun? Lauf da einer. Klopft einer am Fenster. Klopft immer noch. Hau ab. Oh, das klopft an meine Ohren. Kannst du mal hören. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Klopft nicht mehr. Hau ab. Es geht nichts mehr. Es geht nichts mehr. Ich habe keine Power. Ich habe keine Power mehr. 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 Es geht nichts mehr. Ich habe keine Power mehr. Klick! Klick! Was soll ich klicken? Was? Vorne? Rechts? Oh, da kommt's! Was ist das? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Klick! Was muss ich hier tun? Was muss ich tun? Was muss ich hier tun? Ich hab keine Ahnung. Klick! Ich hab keine Ahnung, was ich hier tun soll! Was ist das für einer? Was muss ich hier tun? Was muss ich hier tun? Was soll ich hier tun? Was ist das? Was muss ich hier tun? Ich mag nicht mehr. Oh nein, ich bin macht mich fertig. Kann ich hier irgendwas kriegen? Er kommt, er kommt, er kommt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Wenn ich hier oben irgendwas anklicke. Hier irgendwo irgendwas kaputt ist. Hier, hier. Rechts, links an dem Manneken. Ah, oben. Rechts. Die Maus geht so schnell. Äh. Ja, hier irgendwo. Einen Kopf. Pardon? Bisschen? 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 Hier, bloß nicht. Bisschen? Hand, Schulter. Haben wir immer nicht erwischen. Ja, Auge. Hier irgendwo was klicken. Schulter. Weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo ich da drücken soll. Ich habe doch alles. Ich klicke mir hier ein Arsch. Ich kann nicht mehr. Genau über die Stirn. I don't know. Wir sind genau hier an der Stirn. Hier oben. Und an der Hand. Hier in der Hand irgendwas klicken. Und hier an der Stirn. Aber ich weiß nicht was ich drücken soll. Aber ich weiß nicht was ich drücken soll. Aber ich weiß nicht was ich drücken soll. Aaaaaaah. Loh. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube. Ob. Ob. Wenn ihr mir einen Tipp geben könntet. Weil. Danke. Ich hab keinen Plan. Ich hab keinen Plan was ich da jetzt klicken soll. Wo ich klicken soll. Wie ich klicken soll. Ich hab keinen. No. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich klicke mir hier ein Arsch. 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 Hier oben. Muss irgendwo was sein. Aber ich. Ich komm nicht drauf. Ich komm nicht drauf. Ich komm nicht drauf. Ich komm nicht drauf. Ja Leute. Jetzt erschrecken er mich noch einmal zu Tode. Ich würde sagen. wir lassen uns doch einmal erschrecken ich habe jetzt drei nächte gespielt ich denke mal das langt für das erste und ihr könnt mir gerne in die kommentare schreiben ob ihr da vielleicht ein Tipp habt wo ich klicken soll ich bin fertig mit den nerven ich hoffe ihr hattet ein kleines bisschen spaß wenn ich mit korris wisch ja korris wisch ich bin schon ganz durcheinander so viele sachen gespielt in letzter zeit lasst mir gerne einen kommentar da daumen nach oben daumen rund ich freue mich über alles ich zeige euch noch mal das mannequin und wenn ihr einen tipp habt schreibt ihn bitte in kommentare dass ich vielleicht noch mal spiele probiere ich bedanke mich fürs zusehen das war korris wisch und bis zum nächsten mal auf meinem rosti kanal ich hoffe ihr schaltet wieder ein euer rentner und vielen dank fürs einschalten ansehen zuschauen mitleid ich weiß nicht was lieben sinne bis zum nächsten mal euer rentner tschau ihr seht ich bin schon ganz durcheinander tschau